Freunde, wir gehen rein. Wir schauen uns die Pizmeat-Chroniken an, Directors Cut. Das wurde uns ja empfohlen von euch. Und es soll ja nicht nur, also es soll nicht ha-ha-hi-hi sein, sondern eher hi-hi. Das war jetzt so das Feedback, was wir gekriegt haben. Und das ist ja genau unser Ding, deswegen gehen wir rein, würde ich sagen. Mal schauen. Und ich achte auch auf den Zaun, ob der lauten... Pass auf. Ich sag's jetzt auch nochmal hier, weil ich immer noch damit genervt werde, den Pizmeat-Bonus-Track kann man jetzt auch auf Spotify hören. Und wenn ich jetzt noch einen Kommentar lese, von wann kommt das nächste Pizmeat-Video, dann trete ich hier die ganze Bude ein, das glaubst du gar nicht. Und Leute, haltet euch Spezi. Aber er ist auch leise. Ja, das stimmt. Wir werden sehen, was jetzt da passiert. Wir müssen immer... Ja, du redest hier in der Saison. Ja, ist okay. Oha, Avengers. Äh, nee, Tony Stark. Tony Stark? Ha. Das war jetzt hier, ne? Schön, aber eigentlich auch nicht so wirklich geil. So, ihr Slum. Ha, ha, ha. Leopard! Ganz gerne Marmelade mit Käse. Oh, da tun wir nochmal schön die Edelsaladen. Also, wo... Ich... Voll... Heizt die einfach alle in die Schüssel rein. Dann rührt man ein bisschen, auf die altbewährte Art, ja. Stöchel aus! Du wickst einen an mich! Mützen! Mützen! Schon wieder! Mützen! Mützen! Jawohl! Schon wieder Mützen! Schon wieder Mützen! Das kann man nicht sein! Und wenn das da so vor sich hin karamellisiert, sollte man nochmal überprüfen, ob der Wein überhaupt gut ist in der Soße. Guckt euch die an, die sehen ja optimal aus. Guckt ihr die Knölle an. Das stinkt nach Maggi. Das sehe ich anders. Was ne Scheiße. Guck mal, da sind nicht mal Stückchen drin, also alles super. Das ist doch Käse, langbereif, der reiche Fass. Musst mal, wenn der gleich wieder rauszumt, hinten links war Trump am Tisch, ne? Damit er zart und delizid wird, wie eine Trompete im Wald. Genau so wie ich. Boah, wo wir fragen, mach mal hier wieder. Tuch, hör mal mit. Ekelhaft. Ich hab selten so was schlechtes gesehen. Da ist das EA nicht mal so schlimm. Hey! Das ist nur ein ganz großer Unterschied. Das ist ja. Das ist nur so schlimm. Das ist nur ein ganz vieles gesehen. Woah! Jetzt kann ich auch mal hier mit meinem Sand... Wichtig, ich stehe hier im Schluck, dass du im Heimat bist! Ja genau! Wer geht mir so im Sack heute? Das wird schon funktionieren. Ja unten, der hat halt diese Wölbung, okay. Aber passt auch mit der Höhe mit ungefähr 3,7. Geht ja darum, dass das halt hält. Also ich werde das einfach mal ausprobieren, dann mach ich nicht so viel kaputt. Oh Gott! Oh Gott! Holy Shit! Ungefähr 3,7 Franken? Ja. Dann klappt das auch, ne? Ja. Nice, nice. Nicht bei 3,7 Franken. Achso, okay. Wenn du zu weit, dann ja. Aber nicht bei 3,7 Franken. Mhm. Gut. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das halte. Möchtest du da einstellen? Okay. Das ein bisschen verdrehen. Okay. Dann sieht das Säckchen so aus. Okay, natürlich tropfen das ein bisschen Sahne raus. Ohi … Nöpel … Nöpel … Nöpel … Wenn ich jetzt wieder � pastor kriege Sie aus! Ich kriege rastig aus! DannCO- The Fuck, wieso hausst du den Baum? Warum? Weil der so fett war. Cool. Zwischen 22 Minuten rum. März 2014. Das größte mediale Ereignis aller Zeiten steht bevor. Die Welt ist Murmel 1. 2.15. Murmel 1. Also 2022. Ja. 22. Februar 2022. Ist das weltweit größte mediale Event, die Murmel 1 und wir beide sind die Kommentatoren. Mit allen drum und dran. Ja. Alle Streamer werden in eine große Halle eingeladen. Damit wir die alle für Interviews... Vor einem Bildschirm kommt der hin. So einer. Und dann alle davor. Interviews werden alles geführt. Wir brauchen noch eine hübsche Frau, die zu denen hingeht wegen Interviews. Also... Achso. Du bist ein Außenreporter. Dann nennen wir aber Verona Poth. Ja. 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 Oder hier von Robert Geiss, die Alte. Nehmen wir die sonst. Kam oder was? Ja, dann sollten die das machen. Nee, ich hab gedacht... Die kannst du bestimmt abbuchen. Wir machen was anders. Wir fragen die Wollnis. Ja, das ist auch gut. Die Wollnis. Und dann verteilen wir die da überall. Ja. Und kriegen alle jeder ein Mikrofon. Und dann schicken wir die auf die Masse los. Ja. Richtig. Die schreibt... Bei Drachenlord. In seiner Location. Jawoll. 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 Und Rainer geht auch rum. Rainer ist unser Kommentator. Ja, für die... Das ist der Kai Ebel von RTL. Ja. Nur... Dann kriegt er noch so einen feinen Anzug. Ja. Und dann läuft er da rum. Stark. Okay, Freunde. Das wird das größte Event. Rainer, falls du das siehst. Ja. Wir werden bei Twitch Rekorde brechen. Rekorde brechen. Murmel eins. Denk dran. Aber ich glaub, der ist... Den Rennfieber. Hä? Ich glaub, der ist da gesperrt und sowas auf Twitch. Ah. Schade, Rainer. Rainer, tut mir leid, aber wir brauchen trotzdem eine Location. Oh, die Location ist ja nicht gesperrt. Ja, aber da kann... Er darf halt nur nicht ins Bild kommen. Da kannst du nicht hin. Hm. Gut, dann brauchen wir... Sollen wir da direkt mit dem Bagger hinfahren? Rupf. Weg. Neu. Brauchen wir eine neue Location. Hm. Ja, überlegen wir es doch. In Kooperation mit dem... Fuchsparkstadion. Ja. Wir brauchen ja... Wir müssen ja groß anfangen. Ja. Schon vernünftig. Bauhersteller Seppiö entscheiden sich Pete Smith, eine eigene Rennmannschaft zu gründen. Münzen! 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 Ah! 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 Boah, ja geil ey, ich mach hier voll krass mit. Klar. Und so einen schicken wir ins Turnier. Der kam zwar schnell, aber der war scheiße. So wie du. Da. Da. Da kann man starten. Da. Da kann man starten. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Das schaffe ich ja nie bis dahin. Alter, der gibt ja richtig Vollgas. Halt! Stopp! Ey, ich werde einfach abgehängt. Halt dich doch fest, du Wichser! Alter, ich häng in der Karte fest. Das ist ja abgefahren. Halt's Maul. Und da überrunde ich doch direkt einen mit, damit wir erstmal Platz zwischen uns kommen. Alter! Verschieb mich denn da voll an die Seite! Alter! 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 Du scheiß Hurenkuh, Alter! Ich schwöre, deine Oma war bestimmt alle Pitlars Begünstigte, Alter! Das sieht gut aus. Frei wie ein Adler! Boah, das ist richtig gut. Das könnte gut sein. Boah, guck mal, wie er fliegt. Oh, scheiße! Ja, dann prall ich da oben gegen, da chillt! Und dann kommt ein behinderter roter Panzer, ey! Oh ja, komm, was für ein behindertes Scheißrennen, ey! Was? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh Gott! Ich hab nur noch... Oh, drei Sekunden! Jawohl! Zweiter! Hihihi! Oh, was? Wie? Hä? Ich bin noch im Ziel! Bist nicht im Ziel mit dem Lava-Paket. Jetzt bist du im Ziel! Das, das kann nicht! Alter, willst du mich verarschen! Ich bin noch im Ziel gewesen, Alter! Fünfter, fuck you! Boah! Das ist faul, ey! Wie kann er denn Fünfter werden? Ja! Einer hat sich nicht mehr bewegt, der andere hing in der Map! Fünfter! 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 Alter, richtig mit heftiger Story, Alter! Ja! Und Dramatologie, ja! Rausgeschmissen! Wahnsinn! Alles! Münzen! Auf den Sieg! Eieiei! 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 Grivi, das ist nicht die beste Animation! Die beste Animation, die machst du noch! Ne? Da bist du ja gerade in der Produktion! Wissen wir doch! Aber, aber die ist schon sehr stark, muss ich sagen! Die ist schon wirklich sehr stark immer! Ja! Ja! Wieso sehe ich so behindert aus? Der sieht aus wie ein Peller! Blöde Stachelhaus! Keine Plattform für die Chris-Ultras! Christiane! Alle macht den Chris-Ultras! Ich bin für sie da, dass die Namens nicht war! Und egal, was ich tat, wenn ich war! So ruft mich Christian Stachelhaus an! Ja! Oh Christian! Jürgen Hallen! Zurück, meine Meute, die Waffen gezückt, verbeugt euch vor eurem Gott. Jetzt werden Monster getönet. Alle macht den Christenbetrag. Der Antrag, die Kanäle, den Christenbetrag zu benennen. Alter, okay, du willst Krieg, du kriegst Krieg. Na, was ist denn noch? 140, 14 Runden schaffen! An diesem Tag wird Geschichte geschrieben. Oha, oha! Du bist immer noch so schlecht! Du bist so kacke! Schlag ihn, schlag ihn! Das ist nicht der Karte! Hallo, Christian! Peter ist Schwein. Klaus Körper. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Kießling. Das ist hier Spandau... Ja, äh, äh... Also, sorry, Chef! Chef! Also, ihr könnt doch nicht erwarten, mich hier als Neuen, hier... Die schießen mal nieder! Chef! Ich will mal was sagen! Ich hasse sie! Da baut sich ein mieses Team auf, anscheinend. Das wird aber wild, ey. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Oh, so... Son Goku ist da rechts. Pikachu ist da rechts. Ich weiß nicht, der... Auf der rechten Seite, der hinten links, ist Shrek? Könnte Shrek sein. Maybe. Ja, der links... Ich weiß nicht genau, was links noch da ist. Schwer zu erkennen. Stark, Alter! Komm rein, schön, dass du da bist. Schön, dass du vorbeischaust, ne? Finde ich gut. Da bauen sie ein starkes Team zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen bei Radio Trollhausen. Hau rein, Junge! Die haben gesagt, aussteigen! Die sind jetzt da uns her, Junge! Können unsere Nippe loschen, Junge! Oh, oh! Alter, f***! Okay, geradeaus, geradeaus. Geht nix mehr aktuell. Geht nix! Geht nix! Ist das Auto denn im Arsch? Ja. Oh, nein. Oh, nein. Der hat sich die Reifenkirke geschossen. Oh, nein. Was für Arschlöcher. Nein! Jetzt muss ich aussteigen. Adi, du Kümmel. Wir warten alle auf dich. Wir singen ein Choppalaab. Wir singen ein Mokaleiding. Ich würde ja gerne mit dir singen, aber dein Brain ist einfach so verwirrt. Ach, Peter. Du sollst da reingehen und kämpfen. Ich gehe jetzt rein. Grüß meine Mutti. Ich liebe sie. Ja! Los, alle rein, Leute. Schießen. Schauen um die Ecke rum. Schießen. Bpoppop blank Groyable DALU Ja komm, ich bin so leicht Was macht man denn gegen Dalu am besten, ganz ehrlich König, estás fast Das ist einfach nur unfair Kannst du mal aufhören zu weinen, du Muschi, ey? Der fühlt sich wieder aus der Warnwind. Du geile Bombe. Ich hab alles geschießen, was ich hatte. Nein, ich bin angerangelt. Drei Leute halten mich fest. Da liegt eine Bombe. User disconnected from your channel. Sector clear, affirmative. Feuer ist immer ne gute Sache. Roger, Z. Bomb, Hellstream, Blatt. Ne, noch nicht. Das geht doch schneller. Alter, soll ich meine Oma anrufen, dass die das macht? 1,2,1. Ich war so schlimm. Äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. 1,2. Dies ist der Sitz der GSG Spandau. Und wir schauen für Ordnung. Oh mein Gott, was tust du da? Das ist original unge... Boah, das ist einfach nur ein Schlachtfeld. Das ist echt, also, unangenehm. Ey, es... Also, wirklich. Es ist ge... What? Was ist das? Was ist das? Ist das Chris? Was machst du da? What? Alter! Ich hab dich voll getroffen! Ich hab... Ich hab dich getroffen! Jetzt komm ich! Alter! Stirb, stirb einfach! Wo? Unnormaler Backflip! Boah, guck mal, wie er fliegt. Oh nein. Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz urinieren. Entschuldigung, gibt's noch Klopapier? Ich wisch dir kurz den Arsch ab. Oh, das ist so lieb, das ist so lieb. Ja, danke für eure Hilfe! Ihr Penner! Alter! Was ist so lieb, das ist so lieb, das ist so lieb, das ist so lieb. Alter! Alter! Nimm! Boah! Boah! Alter! Du Hustensohn! Boah! Nimm! Nein! Nein! Ich bin... Nein! Nein! Ich bin über die Leiter gelaufen! Ich bin über die Leiter gelaufen, Junge! Ich hing da dran! Deine Nase ist ja eingedrückt. Ey! Du hast mit der Intelli reingetreten! Willst du nicht verarschen? Warte doch nur... Ich... Ah, was? Nein! Oh! Du bist beschossen! Ja, ja, das ist normal, das ist ein Hater. Oh, nein! Nein! Da hab ich einfach den Zap gemacht. Christian Stachelhaus, Hallöchens, wie kann ich Ihnen helfen? Erik gegen Peter, boah, das wäre geil. Okay, ich bin dabei. Hä, was? Alter, das gibt es doch gar nicht, der Wichser. Lass mich doch mal in Ruhe. Na, reicht schon? Na, reicht schon? Na, reicht schon? Boah, Alter, ich fress mein Bart. Joll. Der hat dich voll mitgenommen. Warum verliert ihr mein Auge? Hallo, mein Name ist Roger Rodgersen. Wie man jetzt da rangeht, ist immer so eine Sache. Ja, viele Leute sagen, man soll nicht zu Stürmisch rangehen. Ich nenne es der Stecher. Oh nein. Oh nein. Oh, so traurig. Oh nein. Alter, wie schlecht schieß ich denn? Meine Fresse! Nein! Boah, Peter, du bist so ein Müt, ne? Oh, schön, ey. Peter, zack, wieder mal. Jetzt geht los! Der Royal. Boah, 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 boah. Ich bin da unten, dass ich noch einen Kopfschuss gegeben habe. Bram hat gerade einen Abgang gemacht. Ich bin rechts neben dir gestorben, du Wichser. Fick dich! Bram, du riss mich auf! Wie Bram gestorben ist, das sah so geil auf. Peter, fack ich. Peter, hör auf! Peter, bitte, 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 töte mich nicht. Bitte. Boah, Peter, lass doch die Scheiße sein. Boah, Peter, ja Peter, ja Peter, ja der Peter hat's gemacht. Nein! Oh Mann! Peter, fack ich Huren-Smitz, ey. Ja, Tani, lebst du noch? Nein. Dann darfst du doch gar nicht reden, Alter! Ich dachte, ich dachte zur Aufklärung, das ist falsch, aber... Nein, du darfst überhaupt nicht reden! Alter! Mit der Macht des Feuers? Anarchie! Geh weg, denn so weit du es weg vom Teich geht, ist weh im... Oh Mann, ey. Ey, Sepp, du bist doch gerade gestorben, oder? Nee, du bist gestorben. Du nicht? Nein. Ich bin explodiert und gestorben. Gekulzt! Ich bin ein Psycho-Para. Das Peatsmeet-Zentralkomitee beschließt, dass der Krieg sich dem Ende neigt. Experten gehen davon aus, dass Peatsmeet so viel Inkompetenz wie noch nie bewiesen hat. Doch die Menschen haben wieder Hoffnung und gewinnen an Lebensfreude zurück. Ich bin ein Psycho-Para. Diejenige ist auf jeden Fall. Da ist jemand auf einem Krankenhaus drauf. Komm schon, gib ihm! Der setzt sich hier. Was ist das denn für eine Scheiße? Komm, ich nehme. Ja, perfekt. You can't sneek, du Hure. Diese ganze Speedbrute ist doch krank! Heute Plan ich das Datentat Heute Schlag ich euch Rat in blau Heute Mit Spanner und Dallumkart Hole euch Heftig Das war also Wahnsinn War schon gut Das war krass Warum hat das nur 110.000 Aufrufe? Frage mich Heftig Das war also stark Mr. Hamsterfresser hat er aber ordentlich gegönnt Anscheinend